Ja, gut, es ist schon dabei. Servus Leute, ich habe heute wieder bei der U16 ausgeholfen gegen die DFI Bad Eibling U16. Ich erzähle euch mal heute das Spiel so ein bisschen aus meiner Sicht. In der ersten Halbzeit war gar nicht so viel los, da hatte ich nur ein paar Szenen. Und dann in der zweiten Halbzeit ging es aber schon richtig ab. Da waren einige Paraden und Tore bei. Ich will aber gar nicht zu viel erzählen und gar nicht zu viel spoilern, sondern ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach ins Video rein. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Mach doch den kurzen Block. Mann, echt klein drinnehm. Mann, echt klein drinnehm. Wieder durch die Beine. Mach doch den kurzen Block. Mann, echt klein drinnehm. Mann, echt klein drinnehm. Mann, echt klein drinnehm. Mann, echt klein drinnehm. Das trifft kein Morgen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR